Jeden Tag ein voller Terminkalender. Wir müssen zahllose Aufgaben unter einen Hut bringen, immer erreichbar sein und werden in der Familie wie auch im Beruf stark gefordert. Viele Menschen können einfach nicht mehr abschalten und sind dauernd nervös und angespannt. Dagegen gibt es jedoch eine Heilpflanze. Die Passionsblume wird schon seit Jahrhunderten bei Stress und innerer Unruhe eingesetzt. Nicht nur ihre wunderschönen Blüten sind beeindruckend, sondern auch die Wirkung auf unsere Nerven. Studiendaten zeigen, dass die Passionsblume unsere Nervenbotenstoffe positiv beeinflusst und uns bei nervöser Unruhe beruhigt und entspannt. Besonders an ihrer Wirkung ist auch, dass diese sehr schnell einsetzt und gleichzeitig nicht müde macht. Sie kann somit auch tagsüber eingesetzt werden. Man kann also sagen, die Passionsblume beruhigt und entspannt, ohne dabei unsere Leistung zu beeinträchtigen.